Was in der letzten Part geschah. Wieso bewegen die sich nicht? Der sieht mir gefährlich aus. Was ist das für ein Raum? Da gab's... Ich hab den Geist gesehen. Be used to follow the way to kill you. Der Typ ist wieder dort. Jetzt geht es weiter. Ja, meine Nase juckt wieder. Diesmal bleibt er stehen. Ähm. Heißt es, dass ich der Typ bin, der die getötet hat? Was soll das heißen? Was soll das heißen? Was soll das heißen? Okay. Langsam wird's creepy. Verschwinde, bitte. Vielleicht nochmal, wenn ich hierin geh? Okay. Wieso geh ich jetzt nicht mehr weg? Verschwinde. Komm. Ja, komm. Okay. Ich kann nie rennen. Alter, was willst du denn von mir? Gib vielleicht mal nö. Du Scheißschatten. Okay. Das ist jetzt ein bisschen... Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Muss ich hier irgendwo Schlüssel finden? Ich geh mal wieder zurück dorthin, äh, dort noch unten in der Gasse. Oder Flur, besser gesagt. Oder Flur, besser gesagt. Denn jetzt hab ich hier ihn aktiviert. Und der soll angeblich die Geister hier getötet haben. Oder die Menschen. Oder besser gesagt, ich? Keine Ahnung. Ich kann's ja nicht gewesen sein. Nee. Da ist ein X, aber... Ich kann's nicht öffnen. Was ist hier? Okay, angeblich hab ich noch hier einiges verpasst. Ich kann's nicht öffnen. Ich kann's ja nicht öffnen. Da ist schon eine Hax, kann ich den eh? Nein? Okay. Aber ich brauch's nicht mehr, glaub ich. Ich komm hier sonst nicht weiter. Ich komm hier sonst nicht weiter. Das sieht doch so aus, wie ob ich es nehmen kann. Jetzt tu nichts und nimm es einfach. Und wieso konnte ich dieses Schrank öffnen? Wieso sollte ich diesen Schrank öffnen? Hier ist doch nichts. We used to follow the ways, which kid is. Oh man Leute, ich hab keine Ahnung. Ich kann dich auch nicht nehmen. Hier geht's auch nicht weiter. Der Typ ist noch dort. Ich hänge hier. Ich sollte eigentlich schon längst die Part beenden, aber ich... Keine Ahnung. Tu schon mal irgendwas, verschwindest du. Was bist du? Das zähle ich auch überall. Alter. CP. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht soll ich hier hin, wo das Blitz ist so flackert. Verschwinde doch. Wie komm ich hier weiter? Jetzt tötte mich. Ach man. Jetzt geh ich wieder hier rein. Siehe ich... Aber was ziehe ich hier irgendwas? Wenn ja, was? Was? Was muss ich machen? Den Axt kann ich auch nicht hochheben. Was? Wieso? Was? Was? warum weshalb bin ich hier okay das dort mit viel zu lange wir sind ich schaue mich kurz mal ich bin ich bin ich bin ich Ah, ich trottel. Ich muss jetzt den Schatten umbringen. Wieso? I don't need to use the ammunition. Ich glaube, ich muss... Ich glaube, ich weiß jetzt wohin damit. Wenn ich noch munitione baut habe, scheiße, ich idiot. Ich sehe ja nicht, wie viele Munition ich habe. Ich glaube, ich muss damit den... Ich glaube, ich muss den Schloss aufschießen. Ich glaube, ich muss den Schloss aufschießen. Was? Ich kann die Munition nicht mehr nutzen. Äh, nicht mehr nutzen, die Waffe. Das ist der Geist. Ich werde da nichts tun. Aber du anscheinend mir. Ich habe mich gerade selbst erschossen. Ich habe mich nicht selbst erschossen. Ich habe mich nicht selbst erschossen. Und der Geist hat mich sozusagen kontrolliert. Was wird jetzt als nächstes kommen? War ich dann der Killer? Da sind die Puppen, die in unseren Irrungen einmal gekommen sind. Sie waren wirklich ein Killer. Kann ich mir irgendwie helfen? Gibt es irgendwie einen Ersteilfekasten? Ich will das alles rückgängig machen. Da ist nichts. Ich werde das alles rückgängig machen. Das ist ein neuer Chance für mich. Wieso habe ich das gemacht? Scheiße! Der Mann hätte ihn retten können. Nein! Ich habe es auch so gelesen, dass man für das Ende seine Entscheidung beeinflussen kann. Also hier zum Beispiel. Wenn ich den rausgelassen hätte, hätte er vielleicht ihn retten können. Fuck! Jetzt gehe ich den Killer... Den Tötungsweg. Den Tötungsweg. Den schlechten Weg. Kann ich das wieder zurückstellen? Nein! Nein! Ich war rückgängig! Es tut mir leid! SchPodsculpt! Ah, das ist so schzeisig! War ich zu langsam? war ich zu langsam was kann ich mit dir machen kann ich dir helfen ich merke eine anonymes kaltr der ambulanz ich habe doch irgendwo ein telefon hier habe ich jetzt gemacht was ist schon das wird ein länges gespräch sein und ich bin wieder tot ok ich habe keine ahnung was ich machen soll ich kann den noch mal anrufen nicht ok ich glaube ich muss ausweichen ich wollte ausweichen es tut mir leid ich konnte da nicht durch tür schließen schließt auch die tür ich weiß nicht was sie machen sollen das ist unfair ich kann auch nicht rennen ich kann auch nicht rennen ok das hat bisschen wieso bekomme ich jetzt soundtricks der ist weg der typ ist weg ob ich habe kurz hört mich doch nicht so schnell ob wieso kommt der wenn da eine kiste ist wie kann die tür aufmachen was kann ich noch machen ok nichts ich kann da nicht weg ich komme da nicht weg vielleicht muss ich einfach erst der fuk erst der fuk machen nein der ist tot hey warte mal da ich schreib gleich der andere typisch auch weg ich weiß das ok ich habe keine ahnung wie ich hier rauskomme ich werde jedes mal erschossen oh mann die tür schließen geht auch nicht hinterher ich verstehe nicht mehr nicht ich weiß nicht wie er die tür aufmachen kann dort jetzt komm schon jetzt komm schon wie mache ich das wie mache ich das ok kann ich nicht ok ich habe einen pack so komme ich nicht vorbei was muss ich noch machen ok ich habe einen stuhl nehmen und der troffling geht nicht ich sehe nichts du siehst mich nicht nein ich sehe dich nicht du siehst mich nicht was watson schlicht die tür ich komme da nicht vorbei ich komme da nicht vorbei nein 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 das regt mich langsam auf ach haltet doch die fresse jedes mal bekomme ich kopfschuss ich will ganz kurz vergessen ob das wirklich ein bug ist wir sehen uns gleich wieder so und 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 Vielen Dank.